Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Und hier ist euer Gastgeber. Hier ist Chris. Herzlich willkommen zu den Jedi-Nerds von Nerdizismus, eurem Star-Wars-Podcast. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, diesmal wieder aus einem studioähnlichen Ambiente, Nerdizismus. Michael, hallo. Hallihallo, nicht nur aus dem Studio, sondern aus der Quarantäne sogar noch. Diesmal hat es mich nämlich erwischt. Also in meinem Umfeld geht es jetzt gerade wirklich, es brennt sich sozusagen durch. Und wirklich die meisten liegen auch richtig, richtig auf der Schnauze. Also viel mehr als noch die letzten zwei Jahre. Man merkt halt einfach, vielleicht hat der ganze Masken- und Abstandskram ja doch tatsächlich was gebracht. Definitiv. Also ich muss sagen, wir haben es ja jetzt auch zweieinhalb Jahre quasi vermieden, irgendwas zu bekommen. Und auch wenn in der Kita in Nebengruppen immer war, wir waren immer recht glücklich. Aber wie es denn so mit Kitas und solchen Kontaktherdsituationen ist, hat die Große es jetzt diesmal mitgebracht. Und es war wirklich, erst war sie drei Tage 40 Grad Fieber, dann war ich drei Tage 40 Grad Fieber, meine Frau drei Tage und dann die Kleinste nochmal. Und es ist nicht schön, was jetzt die Woche passiert ist. Ich meine, wir sind alle mindestens dreimal geimpft, die Kinder jetzt gar nicht, aber meine Frau und ich bin sogar, habe schon zweite Booster-Impfung. Und trotzdem lag ich total flach. Ich konnte die letzten Tage nichts schmecken, nichts riechen so ungefähr. So langsam kommt es wieder. Aber es ist absolut nicht schön, was da auf einen zukommt, wenn es einen erwischt. Und es wird jeden erwischen, zwangsläufig. Ja, ich meine, ich weiß, ich habe jetzt in letzter Zeit doch durch das eine oder andere Großveranstaltung mitgemacht und bin da heil rausgekommen. Jetzt hatte ich natürlich Anfang des Jahres es durchaus sehr heftiger. Und vielleicht bin ich deswegen super immun, ja, und deswegen perlt jetzt alles von mir ab. Hm, wir werden es sehen. Du hast mir gerade eben so viele Überleitungen gegeben, die ich jetzt irgendwie verwurste, da mit Obi-Wan zu verbinden, ja. Zuerst habe ich mir gedacht, als du gesagt hast, du schmeckst und riecht nichts mehr, da habe ich mir gedacht, ach, wäre doch schön, wenn du auch nichts mehr sehen und hören würdest. Dann müsstest du die Serie nicht ertragen, ja, oder irgendwie sowas. Bevor wir darüber sprechen und zum Feedback kommen und dann die letzten drei Folgen von Obi-Wan besprechen. Michael, für alle, die heute zum ersten Mal einsteigen oder wieder eingestiegen sind oder sich gedacht haben, was ist das für eine komische Geschichte, die mir da bei Spotify vorgeschlagen wird und deswegen mal reingehört haben und die ersten zwei Minuten auch überstanden haben. Wo könnten sie denn noch mehr von uns hören und was machen wir denn so? Ja, egal, ob ihr jetzt draußen auf einer Massenveranstaltung seid oder drinnen in einer Quarantäne, nerdizismus.de ist für euch das Ziel, was ihr erreicht, um alles zu hören, zu lesen und überhaupt anzugucken, was wir jemals gemacht haben. Denn wir sind weiterhin der deutsche Nerd-Podcast für Filme, Serien und Cosplay, machen das Ganze seit über sieben Jahren, fast acht Jahren. Und ja, nerdizismus.de findet ihr alle unsere verschiedenen Podcasts und Serien und Artikel und Videos und alles, was wir bisher gemacht haben. Und das Wichtige ist hier, wir freuen uns immer über viel, 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 viel Feedback von euch. Das könnt ihr nämlich auch direkt mit dem Klick auf den E-Mail-Link oder klassisch abschreiben, Info at nerdizismus.de machen. Ihr könnt uns auch gerne jedes Mal ganz modern per WhatsApp schreiben an die 015259647709. Wir freuen uns auch tierisch über Sprachnachrichten, wenn sie denn überkommen oder wenn irgendjemand das tun möchte. Wir spielen hier alles ab. Es gibt keine Privatsphäre, wenn ihr irgendwas rüber schickt, da müsst ihr immer dran denken. Oder ihr diskutiert mit auf nerdizismus.de slash Discord. Und das sind wir dann natürlich auch ganz fein, dass ihr da mitmacht. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei iTunes und Spotify und Podcast Addict. Ja, ich habe es gesagt, Feedback. Und es gab richtig, richtig viel Feedback. Das ist normalerweise eigentlich in dieser Anzahl nur von Star Trek gewohnt. Aber wie schreibt ein treuer Hörer Marcel, jetzt hat auch Star Wars sein Star Trek. Deswegen wollen wir mal so ein bisschen einsteigen. Fangen wir mal an mit dem Marcel, der schreibt uns, naja, jetzt hat auch Star Wars sein Discovery. Ist halt leider so, wenn Disney Marken und Firmen in die Griffel bekommt. Man melkt sprichwörtlich die Kuh, bis sie tot umfällt. Und man hätte es ja durchaus verhindern können, indem man nicht von heute auf morgen den alten Kanon getötet hätte, um sich die Rosinen herauszupicken. Spiele, Bücher, Comics, Star Wars war lebendig. Nur war es mit den Fans gewachsen und nicht so gut geeignet, um es an Zwölfjährige zu vermarkten. Jetzt hat man drei schlechte Saga-Filme mit Solo-Spinoff, den keiner brauchte und mit Kenobi eine Serie, die den Kanon mit Füßen tritt. Aber das sagt jetzt auch ein alter weißer Mann, der fast jeden Roman und Comic des alten EU kennt und weiß, wo Disney sich seine Ideen zusammenklaut. Rogue One, Mandalorian, Bad Batch und die letzte Clone Wars Staffel waren in großen Teilen gut. Auch Rebels. Die funktionierten aber auch im alten Kanon. Alles andere sind reine Fremdkörper auf modern getrimmt und vom Marketing gestaltet. Und alle dazugehörigen Comics und Bücher sollen nur die Plottlöcher füllen, die man sich da reingeschrieben hat. Sprich, das aktuelle Star Wars ist ein einziger Blödsinn, aufgebaut auf den Egos von Kennedy, Abrams und Johnston. Und dass sie nur ein Produkt vermarkten wollen, ist ja bekannt. Ob da Star Wars draufsteht, meintel Pony oder Gummibären, ist ihnen egal. Es ist nur ein Produkt wie jedes andere im Haus der Maus. Das also soweit zum Marcel. Ja, das ist ein Punkt, nehmen wir das doch gerade mal, weil es sich ein bisschen allgemeiner um das ganze Franchise steht. Ich hatte in meinen Notizen auch stehen, dass diese Serie irgendwie so Content um des Contents willen ist. Wir brauchen halt Content für unseren Streaming-Kram, dann hauen wir halt sowas raus. Weil, passt schon. Ein bisschen bringt sich das Gefühl hoch, wenn man diese Serie anschaut. Ich meine, das war seit Jahren, vielen, vielen Jahren im Gespräch, dass da mal ein Film gemacht wird. Und ich denke, auch ein paar Sachen sind aus dem Film, aus den ursprünglichen Ideen für den Film rausgenommen worden. Aber die Sache ist auch einfach hier, und da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf kommen. So eine Serie muss ja auch einen Sinn für sich finden, warum sie existiert. Und warum sie sich in den Kanon einbettet. Sie soll ja auch etwas vertiefen. Und unsere Kenntnis vielleicht von Dingen erweitern, die uns unbekannt bisher waren oder die uns bisher nicht aufgefallen sind. Und ohne, ja, das ist erst fast schon mein Fazit für diese Serie, den Selbstzweck hat sie noch nicht so ganz rechtfertigen können für mich in dieser Staffel, falls es denn bei dieser Staffel bleibt. Ja, wir werden, glaube ich, wirklich einiges zu besprechen haben. Gehen wir mal weiter. El Mercy schreibt uns erstmal, Nerdizismus braucht ein E-Auto. Das glaube ich nicht, Tim. Wir brauchen nur bessere Mikros im Auto. Genau. Die Schleuder ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Jetzt nochmal zum Abschluss, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass mein nächstes Auto dann tatsächlich elektrisch fährt. Also, ich hatte bei der Serie keine Fan-Film-Vibes, sondern Kinder-Film-Vibes. Sowas wie Flipper oder Lassie, wo der versiffte Verbrecher das Kind mit viel Seil an den Stuhl fesselt. Die mussten sich damals auch immer extrem dämlich anstellen, damit die Kids sie besiegen konnten. Das Kind läuft unter einem Ass durch und der Verbrecher voll davor. Und diese alberne Foltermaschine, anstatt dem kleinen Roboter die Flügel rauszureißen. Es ist halt Disney Star Wars, FSK 6 und wenn man sich damit abfinden kann, ganz amüsant. Was mich stört, dass sie die Star Wars-Regel nicht beachten. Ein Jedi benutzt keine Pistole. Das ist so, als ob ein Kung-Fu-Film der große Meister auf einmal einen Revolver benutzt und feststellt, hey, das ist ja viel einfacher als dieses Kung-Fu-Gampel. Einfach Peng und Tod. Ab da ist es kein Kung-Fu-Film mehr. Und das gleiche gilt für Star Wars. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Cast schon gesagt habe. Ich glaube ja, dass natürlich teilweise die Leia dann doch ein bisschen rumgetapst ist. Sehr Plot-Convenience-mäßig. Das wurde hinten raus ein Ticken besser, aber nur so ein Ticken besser. Über den Tiefpunkt der Folge 4 müssen wir, glaube ich, dann nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. Und die Folge 4 hat auch Lord Stummelchen im Visier, wenn er schreibt, ja, die Folge 4, das ist echt schon viel Slapstick und trägt nicht wirklich zum Vorankommen bei. Mal gespannt, wie sie die Staffel noch sinnvoll zu Ende bringen. Ich bin etwas beunruhigt und würde Hugh McGregor den Charakter nicht so überragend spielen, dann wäre das Ganze schon schwer zu rechtfertigen. Allerdings fand ich es gut inszeniert, wie er mit dem Lichtschwert wieder vertrauter wurde. Anfangs eingerostet wurde er wieder geschickter damit. Fand ich gut umgesetzt und die Szene im Dunkeln war super. Lichtschwert und dunkle Räume sind halt immer klasse. Ja, Folge 4 und Inszenierung, das ist nochmal so eine ganz eigene Geschichte. In ein ähnliches Horn petzt auch der nette Jesus auf Twitter, der schreibt, fand es etwas unterwältigend. Die letzte Folge hat nochmal etwas die Wogen geglättet, aber unterm Strich lief die Show irgendwie deutlich unter meinen Erwartungen. Man sollte sich, Klammer auf, in meinen Augen einfach mehr Zeit für seine Serie nehmen. Es wirkte bisweilen etwas schludrig. Ja, es hatte manche, also der Production Value war teilweise echt gut und dann aber auch wirklich ziemlich grottig. Es hatte sehr viel Schwankungsbreite drin. Dann haben wir zwei Whatsapps noch bekommen, die wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Zum einen vom Tobias Malzu Obi-Wan Kenobi. Mir macht Spaß, das zu gucken, aber teilweise ist es doch arg komisch geschrieben. In den ersten Folgen entkommen die vom Planeten. Reva sieht den Frachter wegfliegen, aber man kann da nicht mehr mithalten oder das Ganze verfolgen. Die haben ihren Laden im Imperium scheinbar nicht im Griff, wenn sie den Frachter weder stoppen noch orten können. Auch beim Angriff auf ihr eigenes Hauptquartier keine Luftüberwachung, um die Ankunft zu sehen. Keinerlei Schiff im Orbit, das es abfangen könnte. Bei Folge 5 dann schon wieder die Flucht der Neurebellen ohne Überwachung des Luftraums, obwohl da Vaders Schiff rumfliegt. Entweder haben die Rebellen erstaunlich gute Ausrüstung für eine Untergrundbewegung oder die Schiffe des Imperiums taugen scheinbar gar nichts. Wieso kann Vader Schiff 1 locker mit der Macht aus der Luft pflücken? Bei Schiff 2, wo kam das eigentlich her? Aber dann nur tatenlos zusehen. Die Fähigkeit scheint einen Cooldown zu haben. Wenn es ein Spiel wäre, dann wäre das so. Naja, wie gesagt, macht Spaß, das anzusehen. Aber gerade die mangelhafte Luftkontrolle im eigenen Raum finde ich sehr komisch. Macht's gut und weiter so, Tobias. PS. Jemand mit dem Lichtschwert durchbohren ist auch nicht mehr das, was es mal war. Scheint eher so ein unangenehmes Stechen zu sein als wirklich schlimm. Reva und der Grand Inquisitor sind dafür beruhigt. Qui-Gon im Nachhinein etwas frustriert, dass er daran gestorben ist. Vermutlich hatte Darth Maul einfach noch ein besseres Exemplar als diese neumodischen Schwerter. Ja, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Aber das ist ja was, was sich durch Star Wars die letzten Jahre einfach durchzieht. No one's ever really gone. Und zu guter Letzt dann noch vom Julian, der schreibt, hier nochmal mein Kommentar zu Obi-Wan. Ich habe die Serie gemocht. Ich habe mich gefreut, Hugh McGregor in der Rolle zu sehen und fand den ganzen Spaß durchaus unterhaltsam. Tiefpunkt der Serie war für mich definitiv Teil 3. Die Flucht durch den Tunnel hat mich komplett verloren und der Kampf in der Kiesgrube fand ich alles andere als überzeugend. Finale wäre gewesen, wenn Reva durch Vaders Lichtschwert gestorben wäre. Ihre Suche nach Luke war nutzlos und brachte die Handlung null voran. Sie wäre gestorben beim Versuch, Vader zu töten und hätte so ihre Redemption-Arc bekommen. Ich rechne den Macher hoch an, dass sie den Kanon respektiert haben und dass alles rückblickend Sinn ergeben hat. Sei es der Kampf in Episode 4 oder warum Leia ihre Nachricht an Obi-Wan so kryptisch verfasst. Ist nicht ganz geschickt, aber ich akzeptiere es. Euch viel Spaß bei der Aufnahme. Ich freue mich auf eure Diskussion. Liebe Grüße, Julie. Ja, Michael, da ist noch eine ganze Menge Bandbreite so dabei. Ich meine, wirklich begeistert klang jetzt niemand. Rotten Tomatoes ist auch eher so indifferent mit einem Score von 60%. Vielleicht bin ich auch durch Discovery und PK einfach auch ein bisschen leer gerantet. Ich saß halt nach der letzten Folge davor und das war einfach Nerd Girl auch und wir waren halt eher so achselzuckend so. Ja, okay. Ja, es ist aber auch, also man wollte ja, dass es irgendwie was Besonderes wird. Allein dieses Aufeinandertreffen von Obi-Wan und Darth Vader, dass es vorher nochmal passiert ist und dass sie in voller Montur auftreten, ohne dass einer ein alter Mann ist, der einen Verschwindetrick macht, ist, sollte ja schon was Besonderes in einem auslösen, so ein bisschen Rogue One mäßig, wenn Vader auftaucht. Das hat es für mich auch am Anfang in den ersten drei Episoden so ein bisschen gemacht, zumindestens in Episode 3, wo ich ja letztes Mal auch schon gesagt habe, dass ich die eigentlich ganz nett fand und dieses Duell bei mir schon gewisse Gefühle aufgekommen sind. Aber dann hatte ich dann doch das Gefühl, einerseits hatte man eher das Gefühl, das ist eine Story, die hätte man gut in einem zwei, zweieinhalb Stunden Film erzählen können. Absolut. Und deshalb hat sich das angefühlt, dass jetzt in, weiß ich nicht, das waren nicht sechs Stunden, aber sag mal fünf Stunden das zu machen, als ob man das künstlich herausgezogen hätte. Und das ist ja das Faszinierende, ich meine, wir haben immer wieder darüber gesprochen, früher hatte man 24 Episoden und musste dann irgendwelche Füller-Sachen da machen und es wurde immer weniger im Laufe der Jahre, was Serien so raushauen an Episoden, sodass wir teilweise jetzt nur noch vier oder fünf haben oder fünf oder sechs, gerade bei diesen Disney-Plus-Sachen. Und trotzdem fühlt es sich zu lang an, zu lang gezogen, was wir da präsentiert bekommen haben, weil es nicht dieser ganze Flow ist. Einerseits, weil es in Episoden aufgeteilt wurde und jede Episode für sich stehen muss, aber andererseits, weil das irgendwie dann trotzdem durch die zusammenhängende Story das Gefühl ergeben muss, dass es irgendwie einen Anfang, einen Mittelpunkt, einen Finale geben muss. Und das hier hätten sie sich vielleicht besser getan, dass von einem Anfang zu einem Mittelpunkt, wo die sich vielleicht nicht treffen, zu einem Finale hinzubringen, wo die sich treffen. Weil so, ja, wo kommen wir an, in Teil 3 haben die ein Duell, Obi-Wan verliert, dann muss er sich wieder aufbauen und in Teil 6 haben die wieder ein Duell, Obi-Wan verliert und dann gewinnt, also irgendwie sind da irgendwie zehn Sachen drin, die so gar nicht hätten sein müssen. Man hätte einen coolen Streamline-Film haben können, wo es ein Finale gibt, wo die aufeinandertreffen und uns das eine erweiterte Sicht auf das gibt, was dann in Episode 4 oder dem ursprünglichen Star Wars aufgetaucht ist. Und ich habe es eben schon gesagt, es hat für mich keinen gewissen Mehrwert jetzt zu wissen, dass Obi-Wan und Leia irgendwann mal zusammen rumgehüpft sind und jetzt darüber gesprochen haben, dass sie sich nie wieder erwähnen, aus Sicherheit. Und dass Obi-Wan dann irgendwann trotzdem Luke getroffen hat. Das sind Infos, die kommen nicht aus dem Teil 4 heraus und die helfen uns auch nicht, die Leute besser zu verstehen, die dann in Teil 4 auftauchen. Also ich verstehe deinen Who Cares, weil außer vielleicht ein, zwei Nebencharaktere hier, wie diese Thala, die wirklich gut war, aber dann auch drauf gehen musste, hat die Serie für mich keine neuen Informationen preisgegeben, die nicht schon durch diverse Spiele und Side-Stories und so aufgetaucht werden. Ich meine, man sieht doch, dass sowas in dieser Zeit Geschichten gut geschrieben werden können. Sieh dir unser Paradebeispiel Fallen Order an. Eine Story, die für sich stehen kann, die die Order 66 nimmt, um uns einen Charakter daraus zu präsentieren, wie er in dieser Zeit wächst und mit der Bedrohung des Imperiums klarkommt und mit der Bedrohung der Inquisatoren. Was anderes haben wir hier ja im Prinzip auch nicht. Und trotzdem fühlt sich Fallen Order wie eine eigene Geschichte an, weil sie nicht so gebunden ist an Charaktere, die schon eine etablierte Backstory haben. Und deshalb auch hier wieder, was bringt das denn dann für einen Sinn, wenn Obi-Wan am Ende, also ich hatte nie das Gefühl, dass er am Ende von Revenge of the Thys jetzt völlig desillusioniert ist, um zu diesem Charakter, zu Ben Kenobi in Episode 4 zu werden. Diese, also da hat für mich nichts zwischen gefehlt und dass er jetzt am Anfang desillusioniert ist und am Ende wieder Hoffnung hat, das bringt, wie gesagt, das bringt mir alles nichts, weil das Wissen über diesen Charakter nicht dadurch vertieft wird. Du, verstehe ich genau, was du sagst. Das sind halt so Sachen, das hat es halt einfach nicht gebraucht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade wo du jetzt Fallen Order angesprochen hast, ich habe das Gefühl, dass Star Wars nur noch dann kreativ sein kann, wenn es irgendwie so um vermeintlich oder aus, ich sag mal aus Executive Board Sicht, ja, vermeintlich, vermeintliche Randdinge sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass die gar nicht damit gerechnet haben, dass Mandalorian so durchknallt. Werden sie nicht. Klar war es die erste Star Wars TV Live Serie, hätten sich ihnen sicherlich einen gewissen Erfolg gewünscht, aber denen, der jetzt gekommen ist, da waren die ja, sieht man ja an den Ankündigungen, die danach kamen, dass die völlig überrascht waren. Ja, deswegen durften die Filonis und, wie heißt der andere, ach Gott, da komme ich gerade nicht drauf, weißt du, wie ich meine. Naja. Machen, machen, was sie wollten. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Dann hat man gemerkt, wow, das läuft ja. Dann haben sie diese Boba Fett Geschichte gemacht. Die war auch schon eher so, hm, ja. Und ich sag dir, da hat bestimmt irgendjemand sich drauf gesetzt, weil das Boba Fett, den kennen ja alle, das gucken dann auch alle, also alle. Also auch so Casual Gucker, ja. Ja. Und das hat ja schon nicht so ganz funktioniert. Und dann dieses Obi-Wan-Ding, das war ja auch schon ewig angekündigt, du hast es gesagt, als Film etc. pp. Und wenn man jetzt mal so guckt, in den Saga-Filmen und in diesen Highlight-Produkten, gerade im Vergleich zu den Games zum Beispiel oder zu sowas wie Rebels, ja. Aber auch Clone Wars zähle ich da auch mit zu den Highlight-Produkten. Und du sagst, ich sag schon Produkt, ja. Ist ja nichts anderes. Ja. Es passiert halt einfach immer nur noch das Gleiche. Und das muss ich halt ganz ehrlich sagen, das geht mir so langsam auf den Sack. Das ist einfach kreativ, da ist nichts mehr. Ja. Zum Beispiel auch, wir haben es, glaube ich, in einem der letzten, glaube in Episode 9, haben wir es schon mal angesprochen oder auch bei Mandalorian, no one's ever really gone, ja. Tod ist im Star Wars-Universum einfach völlig unbedeutend. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal aufzuzählen, ja. Also, wer kommt so alles wieder? Ja. Und da erzähle ich jetzt die Force-Ghost gar nicht mal mit, ja. Also, Darth Maul, der wurde in zwei geteilt, ah, wurscht, ja. Palpatine fällt irgendwie einen Reaktorschacht runter, explodiert, ah, egal. Fennec-Schenk wird in den Bauch geschossen, ah, wurscht. Cop-Vant wird in den Bauch geschossen, ah, auch egal. Force-Ghost, Obi-Yoda und Qui-Gon, Haken dran. Han Solo, in Anführungszeichen, kommt auch als so eine Art Force-Ghost wieder, whatever, ja. Der, äh, Boba Fett ist nicht tot, äh, Chewie ist nicht tot, äh, Cat Bane ist nicht tot, also, der kommt ganz sicher wieder, ja, ähm, Reaver stirbt nicht, der Inquisitor stirbt nicht und ich wette, ich habe noch ein paar vergessen, ja. Na, dann, dass in jeder Saga wird immer irgendwas getrackt. Überall gibt's dann immer einen Tracker, sei es das Hyperspace-Tracking oder den Tracker, den Obi-Wan an Django das Fettschiff schmeißt oder, oder, oder. Das ist einfach, ja, da kommt irgendwie, das ist alles nur so ein Aufwärmen des Alten, die Prequels haben ja da fast schon mehr frische Ideen reingebracht, da kann man sich über den Handelsdisput streiten, wie man will, aber da war wenigstens zumindest mal ein bisschen was Neues drin. Und irgendwie wiederholt sich das alles. Und dann kann man mir inzwischen auch nicht mehr als Erfolg verkaufen, wie das ja, und ich glaube, ich mach zu dem einen Kollegen auf YouTube von der Nerdfactory oder so, der das voll abfeiert, nochmal ein Reaction-Video, ja. Da wird dann, da wird dann, vielleicht machen wir das auch mal gemeinsam mal gucken, da wird dann auch völlig abgefeiert, dass dann, ach, jede der sechs Folgen von Obi-Wan reimt sich dann, weißt du ja, Everything Rhymes, ne, kennst du ja die vom Schorsch, ne, reimt sich dann mit den anderen Folgen, erst mit den New Hope, wir sind auf Tatooine und das, nee, erst mit Episode 1, also Prequels, das sind auf Tatooine und das machtfühlige Kind wird eingeführt. Dann sind wir in Folge 2 und dann haben wir dann, genauso wie bei Episode 2, so eine Handlung in so einer Blade Runner-artigen Stadt, dann Folge 3, wie in Revenge of the Sith, dann hier auch der Kampf von Anakin gegen Obi-Wan, also dann noch Vader. Und dann haben wir Folge 4, A New Hope, dann genauso wie hier, wo sie aus dieser imperialen Station einkommen müssen, diesmal halt das Headquarter der Inquisitoren und nicht der Todesstern. Dann hast du Folge 5, was mehr oder weniger der gleiche Plot ist, wie Empire Strikes Back, du musst auch aus so einer Art Höhle entkommen, ist halt keine Eishöhle, ist halt eine Steinhöhle und dann fliegt das Schiff von einem Sternzerstörer weg. Und dann hast du Folge 6, wo sich dann Obi-Wan alleine zugunsten seiner Freunde Vader stellt und Vader verliert und irgendjemand wird dann auch noch zur guten Seite bekehrt, in dem Fall halt dann die Reaver. Aber ganz ehrlich, mir das als Innovation und als toll zu verkaufen, das ist einfach nur faul, billig und bar jeder Kreativität. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Dinge, die so under the Executive Radar laufen, dass die einfach wesentlich besser sind, weil die Leute noch viel mehr Freiheiten haben und dann kommt was Gescheits dabei raus. Ja, das Problem ist weiterhin, dass wir eine Story füllen müssen, die nicht gefüllt werden muss. Wir können doch ganz klar die Entwicklung von einem jungen Obi-Wan, der seinen Schüler verliert in Revenge of the Sith, zu einem alten, zurückgezogenen Jedi-Meister in Star Wars 4, kann man doch nachvollziehen. Ja, eben. Ist doch, genau, ist doch eins zu eins, das passt doch. Der wurde enttäuscht, muss sich zurückziehen, um für sich selber zu sein und hilft dann der neuen Generation, wieder auf eigenen Füßen zu stehen, so ungefähr. Mehr Story brauchst dazwischen nicht. Und ich meine, es gibt ja genug Memes dafür, wie Ewan McGregor seine Haare verliert in zehn Jahren und so alt wird in der Zeit, die jetzt eigentlich dazwischen passieren soll. Ja, ich meine, wenn man eine Story erzählen würde, wie Vader vielleicht doch noch nicht ganz auf dem Höhepunkt seiner Macht ist hier oder versucht, weil der Höhepunkt seiner Macht ist ja offensichtlich irgendwie dann Episode 4 in der Richtung. Wenn man vielleicht sogar noch, aber das darf man ja nicht, weil Vader ist ja der ultimative Bösewicht, der keinen Fehl haben darf. Wenn man ihn als lernende Person darstellen würde, das wäre es ja noch. Ich meine, er lernt, ein bisschen lernt er ja hier. Ja, den Tracker-Trick, den erkennt er dann. Oh Gott, ja. Weißt du, sowas wird dann, sowas wird dann abgefahren. Och, sind die clever, dass sie sich, och, und da erkennt die Leia den Trick und och, und dann haben sie es reingebracht. Boah, das ist doch nicht clever, dass es doch scheiße ist. Also scheiß einfallslos ist das, so rum. Genau, aber ich meine, man durfte ja noch nicht mal nah genug jetzt an Vader slash Anakin ran, wie er als zerstörte Person nach Episode 3 lebt und sein Innenleben zeigen. Man hat ein paar Rückblenden mit Anakin gehabt, mit einem furchtbar gedeageden. Unglaublich schlecht. Was war da denn bitte los? Ja, da kommt irgendwer bestimmt von YouTube wieder an und macht es besser. Ja, natürlich. Ich glaube, ich habe sogar schon Videos. Es war zehn Minuten, nachdem es gelaufen ist draußen, das Video. Ja, vielleicht hat der Hayden Christensen sich ja ins Vertrag reinschreiben lassen, dass er nicht deaged werden will und das ist mir keine Ahnung. Ja, dafür sieht man noch, also dafür splittet sich diese Serie zu sehr noch in andere Nebengeschichten aus und andere Nebencharaktere, dass der Fokus auch wieder hier so ein bisschen verloren geht. Und dann hat man plötzlich so unglaubliche Sprünge wieder in der Entwicklung. Einerseits hat, ich meine, das fand ich ja eine ganz gute Prämisse schon, dass Obi-Wan jetzt die Macht aufgegeben hat und zurückgezogen auf Tatooine lebt, um vielleicht noch ein, zwei Brücke auf Luke werfen zu können und dann sich so langsam wiederfinden muss. Aber auch hier gefühlt ging es doch von Schlag auf Schlag. Der hat noch nicht mal eine Trainingssequenz oder irgendwas in der Richtung gehabt, um plötzlich wieder der mächtige Jedi aus Revenge of the Sith zu werden. Erst hatte er keine Macht und dann plötzlich hatte er Macht wieder. Diese Sprünge, die moderne Serien überhaupt nicht hinbekommen, eine nachvollziehbare Weiterentwicklung oder Entwicklung von Charakteren hier drin zu haben, das hat genau das Problem. Weil, ich wiederhole es nochmal, er hatte keine Macht mehr, wusste nicht mehr, wie er mit dem Lichtschwert umgeht und innerhalb von zwei Tagen weiß er das wieder und kann den mächtigsten Thys, der gerade rumläuft, besiegen. Wo ist denn da die Entwicklung, nur weil er sich eines Besseren belehrt hat? Das hätte man doch nehmen können als Anlass, damit er trainiert und nicht nur auf der Flucht ist und im typischen Movie-Klischee plötzlich in sich einkehrt und sagt, ja, jetzt muss ich doch wieder die Werte einnehmen, die ich früher vertreten habe, nur in einer etwas besseren Art. Und dann kämpft er gegen den mächtigsten Gegner, den es überhaupt gibt, den keine Chance hat und der plötzlich wie ein weinendes Kind wieder dasteht und von ihm durch zwei Steinchen besiegt werden kann. Das ist doch für mich keine Entwicklung, wo man sich nicht mal sechs Stunden Zeit für nimmt, um die mit reinzubringen. Und das ist auch einer der Sachen, die mich hier so an dieser Serie wieder stört. Lasst doch die ganze Action raus, lasst einen besinnlichen, eine einkehrende Serie, wo es wirklich um die Werte, die inneren Werte von Vader und von Obi-Wan geht, die ein Duell des Geistes gegen sich führen und klassisches Drama überleben müssen und nicht zwei Steinbrüche, in denen die sich gegenüberstehen. Ja, und ich habe es in der ersten Folge schon gesagt und ich glaube, ein ganz großes Problem ist einfach, ich habe es im Intro hier auch schon mal gesagt, in der ersten Folge auch, es ist einfach, ganz ehrlich, es ist grottenschlecht inszeniert. Die Inszenierung ist grottisch und zwar an ganz, 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 ganz vielen Stellen. Das ist und das muss man einfach, ganz ehrlich, das muss auch jemand, der dieses Machwerk hier abfeiert, muss es einfach anerkennen. Dann hat er noch keine anderen guten Serien gesehen. Das ist nicht gut inszeniert. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Als in Folge 3 war das, glaube ich, ja, in Folge 3 ist das ja, als sie da durch diese Steppe da laufen und von diesem Farmer, von diesem Trucker da aufgesammelt werden. So, da ist ja dann die Szene, wo sie an diese Laserschranke kommen. Ja, dann gibt es diesen, als dann der ganze Kampf vorbei ist, sieht man dann so eine Top-Down-Sicht und da sieht man ja, die hätten einfach rechts und links dran vorbeilaufen können. Ja, es ist halt, okay, das zum Beispiel. Dann hier genau das Gegenteil. Es ist zum Beispiel eine Sache, die mich immer bei Episode 3 stört, ist, dass da tobt die riesige Schlacht über Coruscant. Ja, und Order 66 ist in der Ausführung und der Verkehr auf Coruscant ist genauso wie immer. Also die Raumschiffe fliegen immer genauso, es ist immer noch der gleiche Stau wie die anderen zwei Teile davor auch, als man auf Coruscant war. Das hätte ich halt, da hätte ich halt gesagt, naja, jetzt ist da gerade die riesige Schlacht im Orbit und Stormtrooper rennen überall rum und metzeln alles nieder. Vielleicht ist dann der Verkehr auch ein bisschen eingestellt. Jetzt hier in den Szenen von Coruscant gibt es überhaupt keinen Verkehr in der Luft. Die Flucht von der Inquisitorenbasis, abgesehen davon von dem, wir verstecken das Kind unter dem Mantel, ist es aber auch sonst, also schlecht inszeniert, denn die Reaver stellt also die zur Rede und dann laufen im Hintergrund noch Offiziere und Stormtrooper ganz normal rum und verrichten ihr Tag, wie wenn nichts wäre. Ja, die laufen teilweise sogar durch die Kamera und gucken noch wie Repets. Ja, das ist einfach schlampig und der Tiefpunkt war dann die Verfolgungsjagd in der Folge 5 mit diesem imperialen Sternenzerstörer, also Vaders Schiff und diesem Rebellenschiff. Und zwar die Art und Weise, wie das auf dem Rebellenschiff inszeniert war. Und jetzt vergleiche bitte mal die gleiche Flucht aus Empire Strikes Back. Falcon flüchtet vor dem Sternenzerstörer, was für eine Hektik da an Bord war, wie die ganze Zeit die TIE-Fighter um die rumgeschwirrt sind und die Schilde und so weiter und so weiter und so weiter. Und man musste sich dann in den Asteroiden, da war Spannung drin, hier, das war ja genauso grottig inszeniert wie bei Episode 8, dieses ultra langweilige Verfolgungsjagd, wohin irgendwann der Sprit ausgeht. Ja, obwohl mit den TIE-Fightern gebe ich dir total recht, weil ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, schickt euch eure Squadrone raus, die einen fliegen in die Richtung, die anderen fliegen in die Richtung, die können doch eh alle keine Hyperdrives benutzen und schon ist das Problem gelöst. Nee, wir können nur links oder rechts abbiegen. Ja, und auf dem Schiff, es war so, die hatten ja die Ruhe weg, ja, ab und zu hat es mal ein bisschen gedonnert, aber es war halt auch nicht mehr als ein Donnern, ja, also das und das und da würden mir bestimmt noch drei, vier, fünf andere Sachen einfallen. Und auch diesen Fanfilm-Look und diesen Fanfilm-Vibe, den kann man auch umgehen, indem man zum Beispiel vielleicht ein anderes Color-Grading verwendet oder so weiter. Und am Ende natürlich auch noch die mal wieder völlig sinnfreie Shaky Cam, ja, die gerade in den letzten zwei Folgen einfach überhaupt keinen inszenatorischen Zweck hatte und einfach nur da war, weil es ist halt cool. Und das sind einfach handwerkliche, schlechte Dinge. Im besten Fall ist es Mittelmaß und das hat nichts mit Bashing zu tun oder sonst irgendwas, das ist schlicht und ergreifend einfach schlecht bis mittelmäßig. Und auch da sind wir wieder dabei. Eigentlich haben wir da einen anderen Anspruch an Star Wars, sollte auch Disney einen anderen Anspruch an Star Wars haben. Vielleicht wird sowas auf Bordebene zerredet, I don't fucking know, ja, interessiert mich aber auch nicht. Und am Ende des Tages fühle ich mich halt auch wieder jemand, der jetzt halt einfach sechs Folgen konsumiert hat, aus Chronistenpflicht und weil er halt alter Star Wars-Fan ist, aber im Grunde genommen, es braucht es nicht und ich werde es halt auch nicht mehr gucken. Ich gucke das nicht nochmal. Das ist ja das Problem mit Serien, das wir auch immer wieder ansprechen. Selbst wenn diese Serie großartig gewesen wäre, Mandalorian-Level und vielleicht drüber, in all dem Medien-Overflow, den wir haben, welche Serie, wo setzt man sich nochmal sechs Stunden hin und guckt das einmal durch? Ich meine, ich habe es eben schon gesagt, diese Story hätte man wunderbar zusammenfassen können, machst du einen Drei-Stunden-Film. Das sind zweieinhalb-Stunden-Film, den, wenn der gut gewesen wäre, hätte man den zwischendurch an irgendeinem Abend nochmal reingeschmissen. Macht man doch mit 90 Prozent der Serien, 95, 99 Prozent der Serien, die heutzutage kommen, gar nicht. Es wird auch ein großes Problem sein beim MCU. Ich meine, ich finde es gut, dass Serien kommen und dass man Zeit hat, ein bisschen tiefer in Charaktere einzusteigen, was hier jetzt nicht unbedingt gemacht wurde. Aber ich werde mir wahrscheinlich trotzdem öfter nochmal so ein Iron Man 1 ansehen oder irgendwas anderes, als mir dann nochmal Loki als Serie reinzuschmeißen. Weil bei Iron Man habe ich zwei Stunden, wo ich dann Popcorn ein bisschen knabbern kann und wieder in alten Erinnerungen schwelge. Loki müsste ich mir jetzt zwei oder drei Abende nehmen, um durchzukommen. Und dadurch wird das ganze Franchise zukünftig leiden. Und das wird auch ein Problem werden bei Star Wars. Ich meine, wir kriegen ja auch gerade nur Serien, weil Mandalorian unglaublich erfolgreich war und die Filme vorher gefloppt sind, die gekommen sind, so gut wie sie auch waren. Rogue One war gut, Solo kann man sich drüber streiten, aber es waren zumindestens in Perspektive finanzielle Flops. Deshalb konzentriert man sich jetzt auf Serien, die auch fünf, sechs Stunden lang sind. Es setzen sich doch später, lieber Fans, nochmal hin und gucken sich ein Herr der Ringe durch, als ein Obi-Wan. Weil Herr der Ringe ein einziger Film ist und Obi-Wan sechs verschiedene Episoden. Und wenn nicht irgendwie in Zukunft mal wieder Star Wars Filme rauskommen, die gut sind und die uns dazu bringen, dann einen essentiellen Star Wars Film nochmal irgendwann reinzuschmeißen und nicht sich die Hände über den Kopf zusammenzuschmeißen, weil es ein Rise of Skywalker ist, dann könnte es auch wieder eine gute Balance für eine Langlebigkeit geben. Aber hier sehe ich in einem Boba Fett und einem Obi-Wan, wenn solche Produkte rauskommen, leider keine. Es ist ein McDonalds-Produkt, aber nicht der gute Burgerladen, bei dem man sich auch mal einen Abend gerne hinsetzt. Ja, vor allem bin ich gerade geschockt, weil ich jetzt mal eben kurz nachgeschaut habe, wer die Kamera gemacht hat. Die ist eigentlich von Chung Chung-Hon, das ist ein Koreaner und der hat zum Beispiel die Kamera bei einem ziemlich geilen Film gemacht, nämlich Last Night in Soho. Okay. Und der kann das, der kann das, der kann das wirklich, also das verstehe ich. Gut, der hat natürlich noch eine Regisseurin mit der Deborah Jo, aber auch die hat jetzt, sage ich mal zumindest, ich habe jetzt die drei, die zwei Folgen Mandalorian, die sie abgeliefert hat mit The Sin and Reckoning, jetzt nicht dezidiert im Kopf, um zu wissen, wie die jetzt genau waren. Aber, ja, ich meine, sie hat Jessica Jones Episoden gemacht, sie hat Iron Fist Episoden gemacht, sie hat Mr. Robot Episoden gemacht, die kommt schon aus dem Serien-Ding, die müsste es eigentlich irgendwie besser können und wissen. Ich glaube, ein bisschen das Problem ist weiterhin auch, dass die auf diese digitale LED-Leinwand da setzen. Ähm, die hatte ihre Berechtigung für gewisse Sachen beim Mandalorian und das Ganze in einem Budget hinzubekommen, aber man hat es doch gerade bei Boba Fett und jetzt bei dieser Serie gesehen, ähm, dass man die Grenzen dieser Technik erkennt. Es ist, auch wenn die Beleuchtung besser ist für die Leute, die darin rumrennen, wenn die Landschaften und die Qualität der Schiffe und Hintergründe nicht mithalten kann, verliert sich dieser Effekt auch extrem stark. Und das, ich fand die Cinematografie gar nicht mal so schlecht. Ähm, mich hat's jetzt nicht so an Fanfilmen erinnert und von den Einstellungen her und von der Kameraführung her fand ich's, war's für mich völlig in Ordnung. Da war nichts groß Auffälliges, äh, für mich. Für mich war das Auffällige, dass teilweise sehr gewöhnungsbedürftig, mittelmäßige CGI, was hier eingesetzt wurde. Ob's jetzt, äh, der LED-Leinwandtechnik geschuldet war, wo die unfertige Sachen drauf projiziert haben, oder ob die einfach nicht so viel Zeit, äh, dafür hatten, dass ein Feinschliff da zu führen. Es sah halt zwischendurch aus wie so eine Render-Sequenz auf einem 32-Bit-Monitor, ähm, die mehr aus den 2000ern in den Prequels kommt, als aus dem, was heutzutage gemacht werden kann mit Serien. Und, äh, es ist eigentlich, dadurch, dass wir komplett in Fantasiewelten, äh, sind, muss das einfach hochwertig sein, damit diese Believability, damit diese Glaubwürdigkeit entsteht und diese Immersion, die, äh, die dann großer Faktor ist, um das Ganze dem abzukaufen. Aber gerade so was wie die dunkle, äh, nehmen wir als Beispiel immer mal wieder die dunklen Szenen. Der Kampf mit Darth Vader in, äh, dem Steinbruch, äh, oder in der, in was immer, was immer das auch war, oder die Verfolgungs, äh, Jagd, wo Luke abhaut. In diesen dunklen Szenen hat man gesehen, wie schlecht einfach das CGI irgendwelche Bergpanoramas im Hintergrund, äh, waren. Und das zieht mich doch komplett raus aus allem, was die damit erreichen möchten. Da sollen die bitte, ähm, äh, da ist weniger doch deutlich mehr. Dann sollen sie nur ein Foto von der Steinwand nehmen, anstatt eine schlecht gerenderte, äh, Unreal Engine 5 von der Steinwand im Dunkeln. Und das hat mich da rausgezogen. Das war nicht die Kameraeinstellung, das war auch nicht, äh, ähm, die Over-the-Top-Views, die wir, man hatte. Es war einfach die schlechte Qualität, äh, der digitalen Landschaften, die mich hier extrem gestört haben. Mhm. Ja, es, es, es ist einiges dran. Es ist ja auch nicht nur die Kamera und die Qualität der CGI, sondern was ich auch zum Beispiel sehr suboptimal fand, war das Pacing und die Schnitte. Also mitten im Kampf zwischen Vader und Obi-Wan wird dann plötzlich zu, äh, zu Riva geschaltet, die dann doof in der Wüste rumsteht und erst mal zu Onkel On rumläuft, ja. Auch, äh, in, in dem Duell in der Kiesgrube war das teilweise wirklich, da gibt's sogar richtige Anschlussfehler. Da läuft er nach links und kommt dann aber rechts aus dem Bild wieder raus, ja. Ähm, ähm, also es ist, ach, ich weiß es nicht. Also es sind einfach diese Dinge, die mir das Ganze halt dann so verleitet haben und wo man ja auch teilweise dann Szenen hat, nehmen wir zum Beispiel mal in Folge 5, ja, wo du einfach, äh, nur rot nachspielst, ja. Und ich sag schon nachspielen, weil es sich in manchen Geschichten halt auch eben angefühlt hat, wie, ähm, äh, wie, wie Empire Strikes Back in der Szene. Oder auch die so abgefeierte Szene, ähm, in dem Inkvisatoren-Folterraum, wo dann das Lichtschwert im Dunkeln war. Das ist halt auch nur Star und auch nur Star Wars Unleashed. Ich glaub, zweiter Teil war's, glaub ich, ja. Das ist, das ist halt, das ist nichts Neues. Nichts Neues, einfach kreativ, eine Bankrotterklärung. Und das tut mir halt wirklich so leid, dass da halt einfach nix kommt. Und, äh, wie man da so drüber hinwegsehen kann, das erschließt sich mir nicht, auch als, als Hardcore-Fan nicht. Weil, ganz ehrlich, irgendwann, hm, muss mir das doch mal langweilig werden. Oder ich bin halt wirklich so ein schlichtes Fangemüt, dass das mir halt egal ist. Und dann kannst du mich halt auch nicht mehr damit hin vorlocken. Oder noch eine Sache, die halt nicht neu war, ne. Dann kriegt dann der Vader seinen Helm kaputtgeschlagen. Ja, jetzt kriegt er ihn diesmal auf der linken Seite kaputtgeschlagen. Weil er hat ihn ja von Ahsoka schon auf der rechten Seite kaputtgeschlagen gekriegt. Huuu, oh, Bedeutung. Ja, ist ja potenziell, glaube ich, sogar der Ahsoka-Fight ist ja später zeitlich. Der ist ja später, genau, richtig, ja, genau. Und, aber, weißt du, das ist halt so, so, das ist so, was Guido Knopp für Historiker ist, ist das für Star Wars. Das ist halt so für die, ja, so, ja, das ist, das sind halt so, so Holzhammer, Holzhammer-Bedeutungen, die halt, die dir so unter die Nase gerieben werden, dass man sie halt gar nicht übersehen kann. Und am Ende muss ich halt dann auch wirklich sagen, und das ist was, das ist aber jetzt kein Problem dieser Serie, ich muss jetzt wirklich langsam mal zu einem Punkt kommen, wo das Imperium einfach auch mal gefährlich und bedrohlich wird. Das wird mir einfach immer noch zu dämlich inszeniert. Also, ganz ehrlich, da rennen dann hunderte von Stormtroopern durch diesen engen Gang und die einzige, die stirbt, ist dann diese Thala oder, ja, und der Rest trifft halt gar nix und, ja. Ja, ich meine auch solche Sachen wie, wir hatten, das ist einer der Nebencharaktere, die mir am besten gefallen haben, die Thala. Die hatte Potenzial, aber dann killt man sie in dieser Serie. Wahrscheinlich, weil die Leute, die sie dann so gut fanden, irgendeine Prequelserie dann später noch für die, weil die das genau ja so nach dem Prinzip machen. Man hat interessante Sachen, die man einführt, wie den Grand Inquisitor, der in der, was war es nicht, in der zweiten Episode drauf geht oder dritten und dann aus dem Nichts wiederkommt. Man erfährt nichts über diese Inquisitoren, außer dass Riva sich da drunter gemischt hat. Man hat diese Rebellion, die den Jedi hilft, was wahrscheinlich die Anfänge der richtigen Rebellion sein soll, aber man erfährt nichts von denen, außer dass ein paar Jedis ein paar nette Sachen an die Wand gemalt haben, so ungefähr. Man hat einen einigermaßen interessanten Charakter, einen Fake-Yedi, der von einem großartigen Schauspieler gespielt wird, von Kumail Nanjiani, den viele aus Silicon Valley und so kennen. Silicon Valley, übrigens großartige Serie, aber der darf dann auch nicht sein größtes Talent ausspielen und die ganze Zeit lustig sein, weil das ja keine lustige Serie dann am Ende ist und so viel dramatisches Potenzial hat er jetzt dann am Ende nicht. Man hat wieder Andeutungen, wie das Leben zwischen Anakin und Obi-Wan früher war, aber das kennen wir ja aus früheren Episoden und da ist dann auch nicht der Fokus drauf. Man hat Reva als Charakter, die aber auch dann immer nur als Nebenstory auftaucht, weil dann doch Obi-Wan und Darth Vader die wichtigsten sind. Man führt hier wieder total viele Sachen ein und total viele Charaktere, für die man gar nicht Zeit hat in sechs Episoden und verbraucht die dann in Szenen, die einem nichts bringen. Also auch hier wieder für sechs Episoden unglaublich wenig Fokus in dem, was wir hier präsentiert bekommen und für das, was in Versatzstücken eigentlich gut funktionieren kann. Mach hier mal ein Musikvideo raus aus verschiedenen Szenen, mach hier mal ein paar Fanvideos, die irgendwelche Theorien zusammenschneiden, dann funktioniert das alles. Aber als Gesamtprodukt ist die Summe aller Teile nicht mehr als das Ganze. Ja, und gerade sowas, weißt du, du musst dich halt dann auch mal auf einen Bösewicht konzentrieren. Ist es jetzt Vader, ist es jetzt Reva, ist es jetzt der Grand Inquisitor, wer ist es denn jetzt? Dieser andere, der fünfte Bruder oder keine Ahnung was, der kommt dann gar nicht mehr vor und die zehnte Schwester von hinten links dann überhaupt nicht mehr. Und wer ist es denn jetzt? Und dann hätte ich mich doch auf diese Inquisitoren konzentriert oder ich hätte Vader halt alleine reingebracht und hätte mir die Inquisitoren gespart und hätte die nur ganz am Rande reingebracht. Denn Reva... Das hätte ja gepasst. Am Ende muss er sich ja dem Imperator offenbaren und sagen, nee, Obi-Wan interessiert mich nicht. Ich bin jetzt vollkommen beim Imperium dabei. Also wenn ich Palpatine wechsle, hätte ich Vader schon längst aus dem Management rausgekommen. Das wäre doch was gewesen. Er hat einen Konflikt mit dem Imperator, dass er immer noch hinter Obi-Wan her ist und dafür kriegt er einen drauf und haut dann, weil er Informationen bekommt, wo Obi-Wan ist, haut dann auf eine einzelne Mission ab, um ihn zu killen. Und da hätte man ein großartiges Duell in der Wüste mitmachen können, wo die sich gegenseitig verfolgen. Nee, man muss hier alles, einfach alles wieder reinschmeißen. Oder meinetwegen, wenn es nur um Obi-Wan gehen soll, lass ihn das Problem mit den Inquisitoren haben. Ja. Der eigentlich keiner ist, sondern lass ihn ein wirkliches Problem mit diesen Leuten haben und ihm fünf, sechs Episoden dagegen kämpfen lassen, bis der Böse aus dem Schatten trifft und man sieht, dass Vader im Hintergrund die Fäden gezogen hat und am Ende kommt nochmal das Riesenduell. So hätte man weiterhin Mysterium rum um die verhüllte Figur von Darth Vader jetzt bekommen. Oder lass es nur über Vader sein. Aber Fokus, immer mal wieder bringt Fokus in diese Serie rein und wollte nicht alles gleichzeitig haben. Und wenn ich schon neue Charakter reinbringe, wie so eine Reva, die fand ich jetzt, weiß Gott, am Ende des Tages gar nicht mal die schlechteste, aber dass ich halt erst in der letzten Folge sozusagen ihre Motivation, die auch ein bisschen konstruiert war, mitkriege, ist halt auch schlecht. Weil da war sie nämlich fünf Folgen lang halt böse um des Böse-Sein-Willens. Und da sind wir halt ... Das gleiche wieder wie bei Moon Knight, wo wir letztens ... Richtig, ganz genau. Und da sind wir halt im Storytelling doch nun mal schon mal 30 Jahre weiter. Also das kann man mir einfach leider nicht mehr verkaufen. Das machen andere ... Selbst vor 30, 50 Jahre zurück, 40, 50 Jahre Hitchcock, der konnte es besser. Und das ist ... Das heißt, du verstehst diese Motivation. Ich sag dir, am Ende des Tages waren sie einzig konsequenten Charakter, waren eigentlich Onkel Owen und Tante Peru. Das waren am Ende die, die zumindest wirklich konsistent durch waren. Also das macht auch dann später durchaus ein bisschen Sinn, dass sie halt dann den Look wirklich von allem fernhalten wollen und so weiter. Ja, aber ansonsten, ich weiß es nicht. Ich meine, klar, dann schuhhornt man da noch so ein paar Sachen rein, damit dann die Sätze hinten rauspassen. Dann kriegt dann der Anakin noch seine Narbe verpasst und sagt natürlich, oh, I killed, I did kill Anakin, ja. Und, ja, aber ... Weißt du, auch die Sätze, die ... Star Wars zitiert sich halt nur noch selber, sogar wortwörtlich, ja. Dann sagt halt der Obi-Wan halt hier, now my friend is really dead. So wie Luke dann später sagt, now my father is really dead, ja. Und so weiter und so weiter und so weiter. Es wird halt einfach ... Das wird nicht homöopathisch benutzt, um mal einen Akzent zu setzen, sondern es ist halt ... Bam, 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 ja. Ja. Und da ist die eigentlich wirkliche Hoffnung, die es uns im Star-Wars-Universum bevorsteht, mal was anderes zu bekommen, höchstens noch die Acolyte-Serie und alles, was spätestens in der High Republic spielen wird. Also als Info für die Leute, die es noch nicht so mitbekommen haben, im Buch- und Comic-Universum haben die vor ... War das vor zwei Jahren? Die sogenannte High Republic-Phase aufgemacht, die ... Was war es? 900 Jahre vor ... Irgendwie sowas, ja. ... den Pick-Ult-Spielen und die in der Zeit spielen, wo die Jedi wirklich die Schützer der Macht waren und auf ihrem Höhepunkt, wo die Republik, die Old Republic auch auf ihrem Höhepunkt waren und quasi eine große gemäßigte Zivilisation. Ähm, und da gibt's dann eine riesige Katastrophe, die in das Ganze reinspielt. Und da soll auch in Zukunft, ähm, ich glaub, nächstes Jahr soll sie rauskommen, eine Serie sein, die in diesem Universum spielt. Ich weiß ja nicht, ich glaub, Taika Waititi macht sogar auch einen Film noch, der in der Ära spielt. Und da hat man mal die Chance, sich von dem zu lösen, was einfach dieser große, riesen Ballast der Skywalker-Saga ist. Absolut. Ähm, absolut. Es wird die nicht dran hindern, irgendwelche Sachen mit reinzubringen, wo gesagt wurde, ja, das ist ja, äh, achso, 100 Jahre vor die dunklen Bedrohung, äh, das haben die ursprünglichen Serien, ja, nur weil das 100 Jahre vorher passiert ist. Das wird passieren. Solche Zitate werden wir mitbekommen, dass wir den Ursprung von irgendwelchen tollen Sätzen hinbekommen, weil der ja dann in der Ära davor ist. Aber hier hat man ohne Ballast die Möglichkeit, ähm, Knights of the Old Republic mäßig mal neue Geschichten zu erzählen, meinetwegen hätten sie es auch 1000 Jahre später machen können, so wie sie bei Star Trek versucht haben. Ähm, aber löst euch doch bitte mal von den Konfektionen, die euch neuen Filme, von denen sechs eher mittelmäßig bis schlecht waren, uns gebracht haben bisher. Ja, nehmt doch einfach diesen Sandkasten und macht doch mal was mit, ja. Genau. So wie es halt eben, und dann sind wir wieder bei den Games, wie es halt die Games dann eben auch so machen, ne. Und, äh, ja, das ist, äh, absolut, absolut. Vor allem, dann muss man halt auch eben noch sagen, dadurch, dass es halt eben, äh, kreativ halt eher auf kleiner Flamme kocht, war halt auch alles so vorhersehbar, es war halt absolut klar, dass natürlich Qui-Gon am Ende nochmal kommt, ja. Ja, äh, wie gesagt, wir können uns lang drüber streiten, das, was auch der Julian in seiner WhatsApp geschrieben hat, warum ist der eigentlich dran gestorben, während alle anderen das überleben werden, so, hm, okay, ja, äh, okay, sei es drum und, ja, und der Struggle, jetzt ist ja wohl die Frage so grundsätzlich, wie siehst du das jetzt eigentlich, muss man jetzt trainieren, um einen Force Ghost zu sehen, oder muss man nur in sie mit sich im Reinen sein, um einen Force Ghost zu sehen? Ich glaube, man muss mit sich im Reinen sein, weil keiner, der es bisher geschafft hat, hat irgendwie Groß-Trainings in die Richtung gehabt, oder? Ja, eben. Also es ist einfach irgendwann passiert. Genau, es ist einfach irgendwann passiert. Und, ja, also das ist ... Auch dieser wunderbare Effekt, wie er plötzlich da mitten in der Wüste erscheint. Oh, das ist, äh, ja. Hätte, hätte er sich nicht einfach umdrehen können und da ist er, so ungefähr? Ja, genau, aber Force Ghosts können ja jetzt seit neuestem auch alles machen, weil Obi-Wan konnte auch schon in Empire Strikes Back auf einem Stuhl, auf einem Stamm sitzen, also von daher, ja, also Force Ghosts können einiges machen, aber was ich im Grunde genommen noch so ein bisschen hier, äh, wie er notiert hatte, war, ähm, neben dieser Geschichte mit, mit den Force Ghosts ist halt auch ... Hättest du dir jetzt eigentlich mehr Luke ... Also, ich hatte ja eigentlich gedacht, also mit Leia hatte ich so gar nicht gerechnet, sondern mehr so Luke. Aber der spielt ja gar keine Rolle, ne? Darf er ja auch nicht. Ich meine, er, der junge Luke in Episode, also der ältere Luke in Episode 4, der hat ja keine Ahnung von dem, was, äh, wer Obi-Wan ist und was er macht. Er hat ein paar Geschichten von ihm gehört und das ist gut, dass, dass die sich am Ende dieser Serie auch nochmal treffen und Hallo sagen. Gut, da kann man drüber wischen und sagen, als Vierjähriger erinnert sich, als Zehnjähriger erinnert sich, äh, auch keiner, 20-Jähriger erinnert sich auch keiner an das, was er mit Neuen gemacht hat, so ungefähr in der Richtung. Da hab ich vor zehn Jahren mal einen gesehen, das ist die Hälfte meines Lebens, da werde ich mich nie wieder dran erinnern können, so ungefähr. Das passt. Ähm, ich war überrascht, dass sie so viel Leia mit reingenommen haben, aber auch hier wieder ein Element, was für mich nicht unbedingt nötig gewesen wäre, um die innere Zerrissenheit zwischen, ähm, Obi-Wan und, äh, Anakin zu zeigen. Es ist ganz klar, dass sie dieses, dieses, ähm, dieses der alte und der junge Wolf Ding machen wollten, was sie jetzt auch, was sie ja auch schon im Mandalorian mit drin, mit drin hatten. Aber lass doch die Charaktere mal einen inneren Kampf führen und zeigen, was macht eigentlich ein Jedi und ein Sith aus innen drinnen, äh, ohne dass sie jetzt 20 Charaktere zu Hilfe dabei, äh, sein müssen. Und dafür, dafür, was wir jetzt von Leia gesehen haben, am Ende hat die Schauspielerin mir ganz gut gefallen, aber auch hier hat sie nicht wirklich viel gebracht. Die hätte sich auch ein bisschen schneller, hätte sich auch ein bisschen beeilen können in dem, was sie bei den, äh, bei den Kabeln da gemacht hat. Ja, 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 was ja auch nur sie konnte und sonst keiner, ja. Ja. Äh, ich muss halt, ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, dass, äh, so wie man mit Vader umgeht, das ist halt langsam wie so eine Hitler-Doku auf ZDF-Info, ja. Ach, Vaders Socken, Vaders, äh, ja, Vaders Helm, Vaders Hund, Vaders Hand, ja. Ja, die Figur wird halt entmystifiziert und verliert, also er gewinnt für mich dadurch nicht. Ganz ehrlich, Vader stört mich auch zu, wenn der zu oft in Spielen vorkommt, ja. Das, äh, man hat, das ist halt nun mal ein sehr eindimensionaler Bösewicht und wenn man da versucht, dem dann nur so Tiefe zu geben, das funktioniert für mich ehrlich gesagt nur bedingt und der absolute Tiefpunkt war ehrlich gesagt dann für mich erreicht, als, äh, Bail Organa, äh, dann in dieser Nachricht, die er an Obi-Wan schickt, dann einfach alles verrät, ja. Also, äh, äh, und dann kommt er ja am Ende auf Tatooine dann gar nicht mehr, oder? Der kommt ja dann auf Tatooine gar nicht. Also er sagt doch noch, ich fliege dann zu Tatooine. Übrigens, äh, Obi-Wan, ich weiß nicht, ob du diese Nachricht hörst und ob es hier gut geht, aber für alle Fälle sag ich dir jetzt mal, dass ich, äh, zu Luke fliege, den Sohn von Anakin, ja, auf Tatooine und wir sehen uns dann da, ja, äh, aber ich weiß nicht, ob es dir gut geht und ob du diese Nachricht überhaupt empfängst, ja. So, what? Really? Ja, und, ja, nee. Vielleicht hat er sich ja beim, nach dem Schicken überlegt, äh, doch nicht so gut, aber es gab keinen Löschen-Button wie bei WhatsApp. Ja, keine Ahnung, ey, also, das, das, das war wirklich für mich der absolute Tiefpunkt da hab ich gedacht, meine Fresse, ey. Ach Gott, ach Gott. Ja, was bleibt jetzt davon? Ja, man muss ja irgendwie, man musste ja irgendwie am Ende zum Status Quo zurückkommen, das haben sie ja irgendwie in der Art und Weise geschafft, es gab eine, eine vordergründige Weiterentwicklung von dem, was Obi-Wan am Anfang der Serie war, bis hin zu dem, was er dann am Ende wird, ähm, ist jetzt noch die große Frage, wird es eine nächste Staffel geben? Hm. Ich hoffe nicht, ich brauch sie nicht. Und wenn, wenn, dann will ich jetzt schlicht und ergreifend einen Obi-Wan sehen, der einfach mal auf ein Adventure geht, was mit allem anderen nix zu tun hat. Hm. Da gibt's eine Menge, da gibt's eine Menge Comic-Vorlagen. Und er hat ja auch am Ende schon die Klamotten aus den Comics angehabt, also das kann man schon machen, wenn man will. Dann einfach, ja, auf Inquisitoren jagt. Ja, wieso nicht? Also, hoffen wir es mal nicht. Ja, Michael, ich glaub, dann können wir diese Serie auch erstmal einpacken. Ja. Wir haben ja jetzt demnächst noch viel anderes zu besprechen, denn For All Mankind geht los, dazu wollen wir auf jeden Fall mal was machen, das hat die Serie definitiv verdient. Es geht mit Westworld weiter, das hab ich völlig vergessen, also nicht, dass es Westworld gibt, aber dass es schon wieder weitergeht, das heißt schon wieder nach zwei Jahren, da mal wieder weitergeht. Hoffen wir, dass diese letzte Staffel dann ein würdigen Abschluss ist, denn das ist auch ein Ding, wo man sagen muss, es liegt langsam dazu, den Bogen zu überspannen und ich hoffe, dass diese Staffel dann auch die Finale ist. Wir machen natürlich weiter mit Strange New Worlds, auch wenn wir uns da angesichts der Fülle an Serien, die aktuell zu besprechen sind, etwas Zeit lassen, aber glaubt uns, da kommt auf jeden Fall noch was. Auch zu Prodigy werden wir was machen und zu Lower Decks, also auch die Star Trek-Freunde kommen nicht zu kurz. Und natürlich werden wir demnächst die nächste Folge besprechen von The Hobbit, dann Teil 2, auch das haben wir nicht vergessen, das kommt auch, also bleibt auf jeden Fall dran. Ihr könnt ja dabei machen. Ja, dann kommt noch die Orville dazu, ne? Und die Orville kommt auch noch dazu, ganz genau, und natürlich kommt auch noch ein Marvel-Film ins Kino, also der Nerd-Stuff geht uns so schnell nicht aus. Miss Marvel läuft ja auch gerade noch. Ach, und Miss Marvel, ja, stimmt. Und übrigens, Tim, ich hab die erste Folge gesehen und war schwer begeistert. Die Serie ist großartig, eigentlich ist, es ist eine Schande, dass wir keine Zeit haben, die mehr zu besprechen. Ich denke auch fast, wir werden die in eins am Ende besprechen, aber Miss Marvel, die ganze Umsetzung und alles, was die da zeigen, absolut fantastisch. Ich bin begeistert, auch wenn die Serie eher nur beim jungen Publikum gut anzukommen scheint. Dafür aber eine in der Zielgruppe wahrscheinlich aktuell der Renner ist. Dann wollen wir das mal hoffen. Also mir hat die erste Folge und auch dem Forever Not Girl sehr viel Spaß gemacht. Also, wenn euch das hier heute auch Spaß gemacht hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da, schreibt uns eine E-Mail an info at nerdizismus.de, kommt auf unseren Discord auf nerdizismus.de slash Discord, schreibt uns eine WhatsApp oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 01-525-964-7709. Und natürlich, wie immer gilt, wir freuen uns über eure Reviews bei iTunes, bei Spotify und bei Podcast Addict. In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Michael, noch einen schönen Abend. Euch da draußen, was auch immer ihr gerade getan habt, einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Und in diesem Sinne, bis die Tage. Tschüss. Tschüss, tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Tschüss.